Und natürlich werde ich als erstes gehen. Halt die Fresse, Christian. Und leider mir nicht. Mit deinem Kackzeug die Ohren zu. Aber ich darf rühren. Nein, selbstverständlich. Nein. Revive mich mal. Ihr lauft doch da. Sie revivet mir den... Da ist doch einer mit uns gelaufen. Nein, ich revive dich ganz bestimmt. Du blödes Arschloch. Du liegst doch da und lass mich nicht revive. Du bist doch ein blöder Bastard bist du. Hä, ich bin da nicht mal. Du bist ja gelaufen, du dummes Kind. Arschloch. Du bist ja nicht vorbeigelaufen. Ich hab's noch gesehen. Nö, nö, nö. Echt nicht, ne? Oh, danke. Jetzt hab ich... Halt die Maul, du bist ja mit deiner vergackten Nase. Und eins, zwei. Ich bin ja scheißegal. Stimmt, aber ich hab so wie am Ziel gefunden. Wenn ich mit Lucky im Opfer hier parken bin. Aua. 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 Jan Malpen. Jan Malpen. Ja, ja, ja. Ich hab' wieder mal lebt, ne? Ich wollte eigentlich nur von Jan Malpen. Natürlich. Guck mal an. Nicht verdauen. Ich komm' hier gar nicht weg. Alter. Sex. Oh Mann. Ich hasse euch alle. Das ist halt scheiße. Oh ja, klar. Oh ja, klar. Alter. Halt die Fresse jetzt und sprich dich um, ich spür's dir, Christian. Alter. Du kassierst, Alter. Dummes Arschloch. Schausp. Nöööööööööö. Wo bist du denn? Du bist doch am Arsch der Welt, da bin ich doch nicht mal. Ich bin eben hier. Ja hä, wieso soll ich das denn rum? Bist du kein Hindernis im Kopf, Alter? Ja, Aua! Care me the frog? Nein, ehrlich! Heißt ja nicht beim Tod! Dummes Arschloch! Und der rennt weg von mir! Ja, das geht doch hier! Ja, das geht doch hier! Nein, 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 nein! Wie war ich, mein Lieber? Ich hab dich auch über ein blödes Scheißkind! Guck mal, ich hab sogar mehr Punkte dazu, obwohl ich laut sterbe im Gegensatz zu dir! Danke! Mein Verjagdnader, Alter! Oh, Hilfe! Kuck mal! Ich bin nicht weggerannt! Ich bin nicht weggerannt! Ich bin nicht weggerannt! Nöööö! Ich bin nicht wegbarthand! Ich bin nicht weggerannt! Halt's du Maul! Lasst mich lieber zu aufgerücken! Jetzt haben wir sie gerade mal ein bisschen eingeengt! Aber ich, halt's Maul! Alter, Fell! Wenn ich... Echt? Hilfe, helf mir doch! Nein, das will ich nicht! Ja, helf mir doch! Oh Gott, die kommen alles da! Oh mein Gott! Mann! Ich bin tot! Ja, hoffentlich! Ja, ich schieße einfach rein! Ey, das will ich nicht! Das will ich gar nicht ein! Nein! Wir müssen neutralisieren! Ich bin mit Gegner spawnen! Ich weiß nicht, ich weiß nicht! Ich weiß nicht, ich weiß nicht! BAM! Messer in dein Kopf! BAM! Ich weiß nicht, ich weiß nicht! Schade! Was? 12 zu 16 jetzt gehts dann langsam wieder aufwärts bei dem Kackgame, wenn die mich vorher gespawntraft haben, da habt ihr alle gesehen, also lasst mich! Oh Christen, du bist so dumm! Ich will gar nicht spawnen, ich stirb so auf dem Kanal! Hm! Ja, es ist jetzt mehr gefallen, wenn du, äh, wenn du gespawnt wirst, wenn du nicht gespawnt wirst! Ja und? Ich hätte noch mehr im Gehalt! Oh Christian, du bist nur ein Opfer! Wir wurden gerade neutralisiert! Alle Granaten kommen weg! Oh, jetzt bereich mich einfach! Was, wenn nicht? Was, wenn nicht? Na, du, komm! 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 Ja, aber ich war da nicht! Ich war da aber an sich, die hätten einer von der, die hätte ich ja mal suchen! Ja, ich hab's versucht! Alle drin scheiße immer! Ja, da finde ich noch einen, ne? Ey, Krassbauer! Guck mal, Alter! Der heckt da! Guck dem's mal an, guck mal her! Was ist denn da los, Alter? Was ist denn weg? Sag mal! Da, der war grad hier, genau hier gelegen! Das Bein war voll verdreht! Ey, Vater, der Bein ist verdreht! Der Bein ist verdreht! Der Bein ist verdreht! So verdreht war das, Alter! Gott! Hinten am Sporn! Der hat den Ruder! Pistil! Ja, ich hab den Ruder schon! Komm mal, rund mit! Der eine rennt! Alter, guck mal, die sind alle! Von hinten, Jan! Komm! Wie tötet ihr mich, wenn er nachher gerade ausguckt und nachladet? Ja, und mich beweist ja keinerseits so einen Scheißbauern, Alter! Die Vera ist auch richtig weg! Du könntest mal eine Klasse nehmen, größer Art doch! Einsatzziel gesichert! Over! So, jetzt kommt alles voll zu A! So, jetzt kommt alles voll zu A! Oben! Ich bin immer noch nicht im Plus! Das gibt's doch gar nicht! Hab grade ne feindlichen Soldaten gesichtet! Over! Oh! Oh, Meta! Bringk es! Oh! Oh! Ich raste gleich aus! Oh Gott, Jan, ich hab mir durchgehebt irgendwie. Jan, ich hab mir durchgehebt irgendwie. Christian, spiel doch endlich mal im Team und arbeite nicht gegen deine Mannschaft, die du dir vertrittst. Du hättest du vergessen. Also jetzt geworfen, weiß ich dich nicht mehr. Ich hab dich oft... Du hast mir doch kein einziges Mal gegeben. Klar. Oh nee. Kevin lädt mich zur Party ein. Nein. Wer denn? Kevin. Kein Bock auf dich oder was? Nö, ich hab gerade echt kein Bock auf dich. Wir sind doch gar nicht aufgehend gekommen. Was nehmen wir schon aus oder was? Das ist die ganze Zeit schon so Arschloch. Wir beleidigen uns die ganze Zeit. Ja, ach wie ist das? Ah, da oben, lag gerade oben, sind drei Stück oder so. Ach, echt richtig, jetzt auf einmal tut doch nett. Beweif mich doch, mann du einfach, du scheiß Kind, was kannst du? Alter, rein auf mich geschossen. Ihr könnt doch gar nichts, Alter. Guck mal, die... Jetzt beweifen sie sich wieder Gegenteil. Das war je zu sch... Danke, Team Edge. Was? Ich bin jetzt aufgestorben, hab's schon krass. HD ist wieder... Hier... Und du stirbst auch. Scheiß-Grafik hier, ne? Voll endlich hier weggehen mit ihr. Ach, halt einfach dann aus, dass dein Spiel einfach nicht mehr ist. Das kann's ja nicht. Das kann's ja nicht. Ja, äh, deswegen bin ich auch erst so von uns, aber egal. Scheiß-Arschloch, Alter. Und wieder überwachsen. Oh, ja, hattest du nicht. Scheiß-Lügner. Was lügt der hier rum? Lügt der hier? Ja, eben nicht. Weil... Halt's Maul einfach. Oh, bitte helf mir doch mal. Jetzt... Hält mal zusammen jetzt. Hm? Ja, ich kann mir eigentlich mal helfen, hier bisschen. Ich brauche ein bisschen... Oh, ich hab mir jetzt... Ne, jetzt... Halt's Maul. Ja, die Fanate war wieder echt extrem scheiße. Junge, Alter. Halt's Maul. Halt's Maul. Ich spiel mal wie ein echter Mann. Wie ein echter Mann auszuspielen, du Arsch. Verdammt. Komm, ich iss nur ohne dir. Aber du kannst doch gar nicht sagen. Lass auf, die Spon... Na und? Da hätt' er bei einer sein müssen. Wie ich damit kann er nicht dringen? Ich hab keine Mühe mehr, Jan! Äh, doch! Warte, 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 warte! Warte, warte, warte! Warte, warte! Oh Gott, von hinten! Hilfe! Karabulage! Hm... Das war jetzt echt noch. Junge, ich war schon längst in die Ekonomie. So, jetzt bin ich... Ja, bin ich wieder positiv. Jetzt geht die ganze Scheiße auch. Und ich hab ein bisschen... Muss man echt... Halt dein Maul jetzt! Und... Leif mich ein bisschen. Junge, ich sterb nur noch! Junge, ich sterb nur noch! Junge, ich sterb nur noch! Ich auch. Scheiße. P90. Pssst! Pssst! Ich bin gar nicht... Bist du... Bist du behindert? Bist du... Bist du behindert? Wie soll ich denn rollen? Da war... War doch ne... Keine Rolltreppe. Ich hab die Vorwärtsrolle gemacht. Ich hab die Vorwärtsrolle gemacht! Wir haben auch Putzebaum, Arschloch! Vorwärtsrolle. Ja! Ja! Mann! Mann! Hach! 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 Die sind so dumm! Du bist ein bisschen bald, ja! Ja... Nicht! Da ist noch einer vor uns. Aber Christian ist auch schlecht! Guck mal Arne! Pff! Ja, du bist der Opfer! Wer ist das Opfer von uns? Guck mal auf Scoreboard! Wer ist das Opfer? überweilen aber nicht die Anwälte noch bitte von mir war es nicht hier ist auch keine Chance also sie sind so und wenn es umsoziale scheiß Kinder nur wieder am liebsten das was die machen was keine Chance ja und dann kriegst du wieder den Kerl, du Bastard nö, eigentlich nicht, hab schon früher, deswegen hab ich ihn auch, als es geht guck dir das Video einfach an, an du Arsch oh Junge, kehr mit der Frick ey Lucky, rennt wir da bei diesem dünnen Gang wieder rum, das ist 5 Stück bitte halt einfach mal du siehst doch was ich gerade geht nicht rennen wir mal so einzelne Leute um die Ecke, ne echt? Achtung, wir haben das Einsatzziel neutralisiert, Auge wo zur Hölle? Alter, das ist so unfair, man, du hast doch keine Chance gegen den kleinen kann nacken und opfassen da gegen die Kopfhast ganzen, ganzen Ami ist da, alter, das kannst du dir nicht finden, angucken da wow guck mal an wieviel dazu geweifnet ist wow kapisse dich, das ist meine, ich hatt' dich, meine Du bist so ein blödes Scheißgein, ich hasse dich, ich verbrenne dich in der Hölle, du kleines Arsch, Genal. Ist die Präsenz, meine Beleidung. Alter, dieser schwule Spawnschutz, der Spawn genau vor mir, nicht halt so viel in die Reine. Ja, guck mal, die sind einfach so behindert, die Spawngein. Einfach nur, die machen nur Scheiße in dem Spiel. Achtung, over. Ich hab den Mini-Pack. Ja, und jetzt hier lässt sich mir keiner beweisen. Hier ist das Medikin. Mann, ich spawke, ich bin gleich schon wieder tot nach einem Kill. Ja, ich hab nichts getan. Oh Gott, Mann, ich bin doch wieder untergezern, mach doch einmal etwas richtig, Mann. Nee, das ist, glaub ich, der Einzige, der hier irgendwas falsch macht, und dann schießt er mal die Funde auf uns. Du bist... Halt die... Du kannst auch gar nichts, Christian. Du kannst auch gar nichts, Christian. Guck mal, Christian, das ist der Dipp, ist der von Aldi, Alter. Ja, wo denn? Ja, wo denn? Nein! Alter, das will sich doch keiner angucken, so ein Scheiß hier, Alter. Guck, das ist doch nicht für normal. Ich hab dich überholen. Alter, jetzt wohn... Hey, mit diesem... Ich kann ja nur... Ich hab' einen... ... oder... ...guck mal... Ich hab' einen... ... äh... ...GIN 27... ... Operation... ...Metal... Ja, was ist das?! Was ist das?! Hey, Spawne! Und Fumis spawnt ein Gegner, Alter. Leute, jetzt stimmst du schon wieder, wenn ich bei dir spawn bin. Was kannst du denn, Alter? Leg jetzt mal den Zahn zu. Der Feind... Ja, mein ich doch. Guck mal, 26, 39. Das ist doch nicht schon. Die Fresse geht. Ja, warte, jetzt. Oh, Junge, jetzt sind wir gespawren, Alter. Ach, nee, hast auch schon gemerkt, du Arschloch. Hey, Mann, du bist schuld. Du bist schuld, das ist meine ganze Lande. Wieso? Ich hab gar nichts gemacht. Echt, du, Christian. Christian. Oh, Mann, der macht alles falsch. Ja, du bist so dumm, Alter. Wie kann man so viel Dummheit in ein Menschen stecken? Ja, überleg doch, Hock. Ja, ich hab gerade fast ein Dreifachstift gemacht. Nein, revive ich dich erst und wichtig. Haha. Lukas. Ich war ab, was war drauf. Wah, doch bitte. Ich hab grad fast ein Dreifachstift gemacht. Ja, fast. Ja, fast. Jetzt revive sie mir schon wieder die Tiends von der Nase. Ey, wie... Du kannst doch nicht arbeiten. Ja, ich habe keine Sachen gemacht. Christian, bitte halt einfach dein hässliches... ich ist ich will ich will ich will ich will ich will alles Hilfe bei Killja alles zigeunerewehr da ist noch einer und um die Ecke ist noch zwei tschuldigst du sie nicht? so schlecht wie ihr seid ne habs noch nicht passt du eh nicht oh kicke ihn noch kicke noch kommt ja im Raum da sind zwei, da kommen zwei stück oh mein Gott wo kommt, alter wo kommen die denn her der Christian hat einfach keine Ahnung von diesem Spiel verdammt nochmal keine Ahnung, du hast keine Ahnung du hast keine Ahnung von dich weh okay jetzt beleidige ich hier wieder weil wir haben aufnimmt ja wir beleidigen dich immer aber ja ok das ist mir sonst nie aufgefallen und Leo nicht da ist ja ne alter 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 ist ein teammate und ich schieße schon auf das jungen wir schon schieb ich vor ich in die Ecke kommen ja und das kann Fall drauf ach schon Opfer wie Lucky alter ja halt ein hässliches wie keiner Maul boah cool ich hab jetzt Klassenaufwahl beim Ziel sterben ey neutralisiert, over Loll ich lieg vor den Timo jetzt hier damit lieg jetzt Opfer als coole Anzug bin ich allemal kann dir jeder bezeugen schuldes Scheißkind ja Achtung mal warum das jetzt pass auf da kommen ganz viele pass auf Jan halt durch ja und dann gehts rein ja wie bei für mich bitte danke aber da kommen welche warte warte ich komme hier nicht mehr weg gut so Achtung wir haben das Einsatzziel verloren alter die müssen doch von vorne auch mal wieder kommen jetzt gehen wir weiter vor ja du hörst einfach nur Scheißen im Kopf das ist das was du hörst aah pass auf ey hier ich brauche Hilfe oh da kommt noch einer mit Claymore durch Jan halt durch oh Gott beweif mich beweif mich damit Christian danke du bist so gut wie neu Jan der ist so wow ey wir haben alle granaten wir haben alle granaten wir haben noch zwei stück hä danke noch ich stehe in deiner Schuld ich werde es erledigt ja können wir für das revive nehmen da hinten danke Spaß oh oh ja komm 3% ja gib mir mehr hier ist dein medikit man echt und lass sie doch von hinten kommen und geholt alter bäh ja deswegen ist er auf dem guten Kopf äh so greift er eigentlich morgen ne das ist spart aua nein hat sich alle einladen ziele gesichert leg nach zahlen zu over alter der gibt uns double kill ey wir verlieren noch ne ja wegen dir man mach jetzt mal hin guck mal du bist ach ach ihr wisst du dich nicht an uns vorbei ziehen wir uns vorbei ziehen mit deinen lapkern neuner Punkten von das ist behindern im Kopf dass ich 10 rechnen und muss verblenden er kann er kann er kann ja kein schmerz also das ist er kann er kann Scheiße, man. Die gehen derbst ab, die Kinder. Also vorhin, vorhin ging Steffen tief mehr auf. Oh, danke. Warte, 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 warte. So, ich glaube, jetzt das Video, weil es würde noch viel zu lang gehen. Also, ja, stopp's mal. So, ade und tschüss. Christian, sag's nicht tschüss, du unanständiges Scheißken.